Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Clemens Hufeld und es geht um Artikel 12 Grundgesetz, die Berufsfreiheit. Das hier ist das 22. Video in der Playlist 3 Begründetheit zur Berufsfreiheit. Hier die Übersicht. Es geht um die Normstruktur, dann Grundlegendes zur Berufsfreiheit, dann den Schutzbereich, Eingriff und die Rechtfertigung mit der Besonderheit, die das Bundesverfassungsgericht entwickelt hat, nämlich der Drei-Stufen-Theorie. Am Schluss, wie immer, die kleine Fallauswahl. Die Timestamps findet ihr in der Videobeschreibung. Hier die Normstruktur von Artikel 12 Grundgesetz. Absatz 1. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Absatz 2. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen Allgemein-für-alle-gleichen-öffentlichen-Dienstleistungspflicht. Absatz 3. Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Hier sehen wir ganz am Anfang gleich alle Deutschen. Das heißt, wir haben es mit einem deutschen Grundrecht zu tun. Dann haben wir eine Aufteilung des Rechts in Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte. Wir werden sehen, dass trotz dieser Aufteilung es sich um ein einheitliches Grundrecht handelt, das aus Artikel 12 Absatz 1 kommt. Eine Schrankenregelung in Absatz 1 Satz 2, nämlich die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Auch hier ist im Wortlaut nur die Berufsausübung genannt. Wir werden aber sehen, dass diese Schrankenregelung sich weiter erstreckt. Absatz 2 ist das Verbot zu einer bestimmten Arbeit gezwungen zu werden und Absatz 3 ist das Verbot der Zwangsarbeit. Diese beiden Absätze sollte man kennen, aber sind für die Klausur nicht näher relevant. Deswegen wird hier im Detail Artikel 12 Absatz 1 besprochen. Kommen wir zu Grundlegendem. Artikel 12 Absatz 1 ist ein deutsches Grundrecht. Eigentlich ist das die Frage des persönlichen Schutzbereichs. Wir ziehen es hier nur kurz vor. Bei deutschen Grundrechten darf man den Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz nicht vergessen. Und bei EU-Ausländern die Diskussion, ob sich diese über Artikel 18 AEUV oder aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz herleiten lassen. Artikel 12 Grundgesetz ist ein einheitliches Grundrecht. Hier hat das Verfassungsgericht schon sehr früh im Apothekenurteil gesagt, dass Artikel 12 Absatz 1 ein einheitliches Grundrecht der Berufsfreiheit darstellt. Jedenfalls in dem Sinne, dass der Regelungsvorbehalt des Satzes 2 sich dem Grunde nach sowohl auf die Berufsausübung wie auf die Berufswahl erstreckt. Die Berufsfreiheit unterliegt einem gesellschaftlichen Wandel. Was ein Beruf darstellt und was nicht, muss in hohem Maße zukunftsgerichtet interpretiert werden und kann nicht von den gegebenen Ansichten getragen werden. Außerdem ist Artikel 12 sehr nah an der Prüfung von Artikel 3 Grundgesetz dran. Wenn man zum Beispiel prüft, ob eine Regelung eine Berufsausübungsregelung oder eine Zugangsbeschränkung darstellt, ist das sehr nah angelegt an die Prüfung, ob hier gleiches Ungleich behandelt wird. So kann zum Beispiel auch der Artikel 3 in die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Schrankengesetzes bei Artikel 12 1 Grundgesetz eingebettet werden. Dazu später mehr. Kommen wir zum Schutzbereich von Artikel 12 Absatz 1. Im sachlichen Schutzbereich geht es hauptsächlich um das Wort Beruf. Das Wort Beruf ist weit auszulegen. Und zwar hat hier das Verfassungsgericht in der Glykolweinentscheidung gesagt, Beruf ist jede Tätigkeit, die auf Dauer berechnet ist und der Schaffung und der Haltung der Lebensgrundlage dient. Das sind die zwei tragenden Elemente der Definition. Erstens auf Dauer, zweitens Erhaltung oder Schaffung einer Lebensgrundlage. Damit sind nicht erfasst von der Berufsdefinition einmalige Tätigkeiten und unbezahlte Tätigkeiten. Man fragt sich aber, was ist denn mit verbotenen Betätigungsfeldern? Zum Beispiel Schwarzarbeit. Aus dem sachlichen Schutzbereich von Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz sind nur schlechthin gemeinschaftsschädliche Tätigkeiten komplett ausgeschlossen. Das sind zum Beispiel Auftragskiller. Bei Drogendealern ist es teils strittig. Hier hat das Verfassungsgericht in der Berufsentscheidung gesagt, eine Erwerbstätigkeit kann die Eigenschaft eines Berufs im Sinne des Artikel 12 Absatz 1 nicht dadurch verlieren, dass sie durch einfaches Gesetz verboten und oder für strafbar erklärt wird. Vielmehr ist allein dem Grundgesetz zu entnehmen, welche Betätigungen außerhalb des Grundrechtsschutzes eines Berufs stehen, sodass sie ohne Verletzung des Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz durch Gesetz oder Verordnung jedermann bei Strafe verboten werden dürfen. Der Berufsbegriff des Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz ist also durch Auslegung dieser Grundrechtsvorschriften selbst zu ermitteln. Das Problem bei den verbotenen Berufsfeldern ist, dass der Gesetzgeber, wenn es ihm dadurch einfach möglich wäre, ein Berufsbild aus dem Schutzbereich des Artikel 12 rauszunehmen, dieser nicht mehr überprüft werden könnte. Dabei dienen die Grundrechte als Abwehrrechte gegen den Staat. Wenn der Staat aber kontrollieren könnte, wann diese Grundrechte überhaupt einschlägig wären, könnte die Tätigkeit dessen nicht mehr überprüft werden über die Grundrechte. Gleichzeitig stellt das Grundgesetz aber auch eine objektive Wertordnung dar, ist also nicht wertneutral. Deswegen können Tätigkeiten, die sich gegen diese Wertordnung auflehnen und damit schlechthin gemeinschaftstätig sind, nicht vom Grundgesetz geschützt werden. Der Schutzbereich von Artikel 12 Absatz 1 ist außerdem zukunftsgerichtet und offen auszulegen. Das heißt, auch neue oder abseitige Berufsbilder müssen von Artikel 12 erfasst werden. Vielleicht wäre im modernen Kontext hier an professionelle Gamer zu denken. Auch in der Berufsentscheidung hat das Verfassungsgericht hier gesagt, dass die Berufsfreiheit nicht nur für Berufe mit bestimmten gesetzlich geregelten oder überlieferten Berufsbild gilt, sondern auch für die vom Einzelnen gewählten untypischen Betätigungen. In derselben Entscheidung ging es zum Beispiel um die Frage, inwieweit die Astrologie ein solches Berufsfeld darstellen darf. Das Verfassungsgericht hat hier gesagt, dass die Astrologie tatsächlich ein Beruf sein kann. Im Schutzbereich von Artikel 12 sind auch öffentlich-rechtliche Verhältnisse mit einbegriffen, was vielleicht ungewöhnlich klingt, da ja die Grundrechte, Abwehrrechte gegen den Staat sind und man bei einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis sehr viel näher an den Staat kommt. Daher gibt es auch die Möglichkeit einer Verdrängung von anderen Regeln. Hier in einer Entscheidung des Verfassungsgerichts über den Notar. Der Notar übt einen staatlich gebundenen Beruf aus. Für diesen gilt ebenso wie für die Berufe, die zum öffentlichen Dienst im Sinne des Artikel 33 Absatz 4 Grundgesetz gehören, grundsätzlich Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz. Je nach der Nähe des Berufs zum öffentlichen Dienst finden allerdings Sonderregelungen in Anlegung an Artikel 33 Grundgesetz Anwendung, die die Wirkung des Grundrechts aus Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz zurückdrängen. Hier der Artikel 33. Im Artikel 33 Absatz 4 geht es um die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse. Das heißt, auch bei öffentlich-rechtlichen Verhältnissen ist die Berufsfreiheit einschlägig, aber eventuell wird diese zurückgedrängt. Es gibt einen Sonderbereich, der für die Berufsfreiheit einschlägig ist, nämlich ein sehr frühes Ansetzen der Berufsfreiheit bei Abschlussprüfungen. Man denke zum Beispiel an die Abschlussprüfung beim ersten juristischen Staatsexamen oder beim medizinischen Staatsexaminer. Eine Überprüfung solcher Abschlussprüfungen ist aus Artikel 19 Absatz 4, Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 1 grundrechtlich geboten. An Artikel 19 Absatz 4, die Rechtsschutzgarantie, ist hier ganz besonders zu denken. Der Schutz der Grundrechte geschieht hier hauptsächlich durch die Ausgestaltung des Prüfungsverfahrens. Dieses darf auf keinen Fall willkürlich sein, sondern muss klar vorher erkennbar sein, wie das gemacht wird. Insbesondere bei Abschlussprüfungen, bei, sagen wir, Klausuren innerhalb der Universität, ist es ein rein Behördeninternes Verfahren, was nur selten grundrechtlich überprüfbar ist. Den Prüferinnen und Prüfern kommt bei einer Prüfung ein sogenannter Beurteilungsspielraum zu. Das ist Ermessen auf Tatbestandseite. Ein solches Ermessen ist nicht uneingeschränkt zu überprüfen. Und es handelt sich auch häufig um nicht rekonstruierbare Situationen von den Prüfungen. Hierzu in der Entscheidung gerichtliche Prüfungskontrolle. Eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtlich begründete Lösung darf nicht als falsch gewertet werden. Dies ist ein allgemeiner Bewertungsgrundsatz, der bei berufsbezogenen Prüfungen aus Artikel 12 Absatz 1 folgt. Das heißt, etwas darf nicht als falsch gewertet werden, nur weil die prüfende Person eine andere Meinung vertritt. In der Glykolweinentscheidung des Bundesverfassungsgerichts sind zwei Bereiche aus dem Schutzbereich der Berufsfreiheit explizit ausgenommen worden. Das sind einmal der Schutz vor Wettbewerb und das andere das Recht auf ausschließliche Selbstdarstellung. Bezüglich des Wettbewerbs hat das Verfassungsgericht gesagt, insbesondere umfasst das Grundgesetz keinen Anspruch auf Erfolg im Wettbewerb und auf Sicherung künftiger Erwerbsmöglichkeiten. Vielmehr unterliegen die Wettbewerbsposition und damit auch der Umsatz und die Erträge dem Risiko laufender Veränderungen je nach den Marktverhältnissen. Also die Berufsfreiheit bedeutet zwar, man darf den Beruf frei wählen und ausüben, man darf aber nicht davor geschützt werden, dass andere auch diesen Beruf frei ausüben und besser sind als man selber. Zur ausschließlichen Selbstdarstellung hat das Verfassungsgericht gesagt, dass die Berufsfreiheit kein ausschließliches Recht auf eigene Selbstdarstellung verbirgt und damit auf eine uneingeschränkte unternehmerische Selbstdarstellung am Markt. Zwar darf ein Unternehmen selbst darüber entscheiden, wie es sich und seine Produkte im Wettbewerb präsentieren möchte. Artikel 12.1 Grundgesetz vermittelt aber nicht ein Recht des Unternehmens, nur so von anderen dargestellt zu werden, wie es gesehen werden möchte oder wie es sich und seine Produkte selber sieht. Das heißt, die Berufsausübungsfreiheit umfasst nicht das Recht, dass man andere mundtot machen kann. Wenn man ein schlechtes Produkt liefert, dann darf das auch gesagt werden. In Bezug auf den Wettbewerb ist hier aber zu sagen, dass der Gesetzgeber selber bestimmen darf, was als Wettbewerb gilt und was nicht. Damit hat hier der Gesetzgeber in diesem Bereich wieder ein bisschen in der Hand, was in den Schutzbereich fällt und was nicht. Ein wichtiger Punkt bei Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz ist die Abgrenzung zu anderen Grundgesetzen. Hier gibt es insbesondere drei Grundrechte, die man zu Artikel 12 Absatz 1 abgrenzen muss. Das erste ist Artikel 14 Absatz 1, die Eigentumsfreiheit. Und hier ist eine Floskel, die in der Klausur kommen muss, nämlich Artikel 14 Grundgesetz schützt das Erworbene. Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz schützt den Erwerb. Das kann man immer, bevor man mit der großen Prüfung von Artikel 12 anfängt, sehr schön vorher einmal abhaken, dass man sagt, es geht hier nicht um Artikel 14. Die beiden Grundrechte sind sehr nah beieinander, deswegen kann man diese Abgrenzung in so gut wie jedem Fall, in dem es um eins der beiden Grundrechte geht, treffen. Die Abgrenzung zu Artikel 2 Absatz 1 ist die allgemeine Subsidiarität von der allgemeinen Handlungsfreiheit. Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz ist eine speziellere Regelung. Damit darf, wenn Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz nicht verletzt ist, nicht für eine Verletzung auf Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz zurückgegriffen werden. Und die letzte Abgrenzung ist die zu Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Und diese beiden sind häufig parallel anwendbar und man kann die Prüfung von Artikel 3 auch in die Prüfung von Artikel 12 einbetten. Hierzu ein kleines Schema, wie das gemacht werden könnte. Wir befinden uns in der Prüfung in der Rechtfertigung. Die Rechtfertigung wird in zwei Schritten geprüft, nämlich erstens Schranken und zweitens Schranken-Schranken. Die Schranken prüfen wir zum Ersten mit der Feststellung der Art der Schranke, also allgemeiner Gesetzesvorbehalt, qualifizierter Gesetzesvorbehalt oder schrankenlos gewährleistet. Und dann prüfen wir die Verfassungsmäßigkeit des Schrankengesetzes. Und zuletzt ein Ergebnis, ob eine taugliche Schrankenregelung vorliegt. Bei Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, jetzt schon mal vorweggenommen, handelt es sich um einen einfachen Gesetzesvorbehalt. Und dann kommen die formelle Verfassungsmäßigkeit und die materielle Verfassungsmäßigkeit bei der Verfassungsmäßigkeit des Schrankengesetzes. Im Rahmen der formellen Verfassungsmäßigkeit kann man Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 Grundgesetz anbringen. Der gibt nämlich dem Bund die konkurrierende Gesetzgebung für das Arbeitsrecht. Im Rahmen der materiellen Verfassungsmäßigkeit ist zu fragen, ob das Schrankengesetz gegen höherrangiges Recht verstößt. Ein Bundesgesetz kennt als höherrangiges Recht nur das Grundgesetz. Und hier kommt als höherrangiges Recht Artikel 3 Grundgesetz in Frage. Und hier schieben wir unser Schema von Artikel 3 Grundgesetz ein, nämlich prüfen wir in zwei Stufen. Erstens stellen wir fest, dass eine Ungleichbehandlung stattgefunden hat. Und zweitens wir prüfen die verfassungsrechtliche Rechtfertigung dieser Ungleichbehandlung. Wenn wir dazu kommen, dass das Schrankengesetz eine Verletzung von Artikel 3 Grundgesetz darstellt, dann machen wir bei den Schranken Schranken nicht weiter, sondern wir sagen das Ergebnis, es gibt keine taugliche Schranke, damit auch keine Rechtfertigung. Wir fügen also diesen Block zur Prüfung von Artikel 3 Grundgesetz in die Prüfung der materiellen Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes, das Artikel 12 einschränken soll, ein. So können wir die beiden Prüfungen verschachteln. Kommen wir also zum Eingriff. Der Eingriff wird ganz normal mit dem klassischen und dem modernen Eingriffsbegriff geprüft. Auch mittelbare Beeinträchtigungen können hier infrage kommen. Das Verfassungsgericht hat schon sehr früh den Begriff der sogenannten objektiven berufsregelnden Tendenz entworfen. Und zwar hier in der Entscheidung zu Notarkassen. Da steht, die Berufsfreiheit ist aber dann berührt, wenn sich die Maßnahme zwar nicht auf die Berufstätigkeit selbst beziehen, aber die Rahmenbedingungen der Berufsausübung verändern und infolge ihrer Gestaltung in einem so engen Zusammenhang mit der Ausübung des Berufs stehen, dass sie objektiv eine berufsregelnde Tendenz haben. Dieser Kunstgriff der objektiven berufsregelnden Tendenz ist aber nur notwendig, wenn wir mit dem klassischen Eingriffsbegriff nicht weiterkommen. Dieser Begriff der objektiven berufsregelnden Tendenz ist eine Besonderheit des Artikel 12, der auf jeden Fall anzusprechen ist. Also auch wenn man mit dem klassischen Eingriffsbegriff weiterkommt, dann muss man diesen Begriff theoretisch nicht mehr ansprechen. Man kann aber noch einen Satz schreiben, zum Beispiel, der klassische Eingriffsbegriff ist erfüllt, damit muss auf die berufsregelnde Tendenz nicht mehr eingegangen werden. So hat man wenigstens gezeigt, dass man sich bewusst ist, dass es das als Figur bei Artikel 12 gibt. Eine weitere Spezialität bei Artikel 12 Grundgesetz ist die sogenannte Drei-Stufen-Theorie. Die Drei-Stufen-Theorie muss kommen. Man kann die Drei-Stufen-Theorie auch erst in der Verhältnismäßigkeit ansprechen, aber man kann sie genauso gut schon hier beim Eingriffsbegriff ansprechen und klassifizieren, um was für eine Art von Eingriff im Sinne der Drei-Stufen-Theorie es sich handelt. Gucken wir uns dazu an, wie die Drei-Stufen-Theorie aufgebaut ist. Hier gibt es zum Ersten die sogenannte Berufsausübungsregelung, das ist die niedrigste Stufe. Dann gibt es als mittlere Stufe die subjektive Zugangsbeschränkung und als härteste Stufe die objektive Zugangsbeschränkung. Die Berufsausübungsregelung stellt die Frage, wie darf ein Beruf ausgeübt werden? Und als Fallgruppen gibt es hier die Ladenschlusszeiten oder dass es an Sonntagen nicht gearbeitet werden darf. Dann Arbeitszeiten, also acht Stunden am Tag oder vielleicht sogar länger für manche Berufsgruppen. Amtstrachtpflichten, etwa dass Anwälte vor Gericht eine Robe tragen müssen und Einschränkungen der Rechtsformen, zum Beispiel, dass Anwälte sich nicht in jeglicher Rechtsform vereinigen dürfen. Die subjektive Zugangsbeschränkung stellt die Frage, ob die Ausübung eines bestimmten Berufs von subjektiven Anforderungen abhängig ist. Fallgruppen sind hier zum Beispiel Größenbeschränkungen, Altersbeschränkungen, das Erfordernis einer Abschlussprüfung oder die Zuverlässigkeit für Gastronomen oder etwa, dass Berufsfahrer einen Führerschein haben müssen. Die objektive Zugangsbeschränkung stellt die Frage, ob die Ausübung eines Berufs von objektiven Anforderungen abhängig ist. Fallgruppen sind hier Höchstzahlen für Teilnehmer an diesem Beruf, Bedürfnisklauseln oder komplette Berufsverbote. Die Abgrenzung von diesen drei Stufen solltet ihr in der Klausur nach eurem allgemeinen Judiz und nach der Klausurtaktik anwenden. Wirklich relevant wird die Drei-Stufen-Theorie an zwei Stufen, nämlich bei der Erforderlichkeit und bei der Angemessenheit. Dazu gleich mehr. Kommen wir zur Rechtfertigung und hier die Schrankenregelung. Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 ist unsere Schrankenregelung und da steht, die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Jetzt ist die Frage, was hier mit die Berufsausübung gemeint ist. In der Entscheidung Notarkassen hat das Verfassungsgericht gesagt, der Gesetzesvorbehalt, hier der des Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, weist dem parlamentarischen Gesetzgeber die Entscheidung darüber zu. Das bedeutet, es ist ein parlamentarischer Gesetzesvorbehalt, es muss ein formelles Gesetz vorliegen. Und auf was sich dieser Gesetzesvorbehalt erstreckt, hat das Verfassungsgericht im Apothekenurteil gesagt. Da stand, so ist Artikel 12 Absatz 1 ein einheitliches Grundrecht. In dem Sinn, dass der Regelungsvorbehalt sich auch auf die anderen Bestandteile des Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 erstreckt. Also haben wir einen einfachen Gesetzesvorbehalt, und zwar eine einheitliche Schranke, die sich auf ein einheitliches Grundrecht erstreckt. Die Differenzierung im Wortlaut aus Artikel 12 Absatz 1 wird damit nicht konsequent angewendet, sondern es wird sowohl auf Seiten des Grundrechts als auch auf Seiten der Grundrechtsschranke von einem einheitlichen Wirkungsbereich ausgegangen. Außerdem müssen wir deswegen immer prüfen, ob das einschränkende Gesetz verhältnismäßig, also verfassungsgemäß ist. Auf Seiten der Schranken-Schranken fällt die Prüfung relativ normal aus. Hier das Schema für die Prüfung der Schranken-Schranken. Wir fangen mit den formellen Schranken-Schranken an und kommen dann zu den materiellen. Und hier müssen wir uns entscheiden, prüfen wir die Auslegung des Gesetzes im Einzelfall oder die Anwendung des Gesetzes im Einzelfall. In beiden Fällen kommen wir zu einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die Verhältnismäßigkeit wird wie gewohnt in vier Schritten geprüft, nämlich legitimer Zweck, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Die Drei-Stufen-Theorie, die wir eben gesehen haben, wird hier wirklich relevant. Wir müssen diese Drei-Stufen-Theorie nämlich sowohl auf Stufe der Erforderlichkeit als auch auf Stufe der Angemessenheit extra ansprechen und durchprüfen. Wie gehen wir also mit der Drei-Stufen-Theorie bei der Erforderlichkeit vor? Wir haben unsere drei Stufen Berufsausübungsregelung, subjektive Zugangsbeschränkung und objektive Zugangsbeschränkung. Die Berufsausübungsregelung fragt, wie darf der Beruf ausgeübt werden. Die subjektive Zugangsbeschränkung fragt, ist die Ausübung von subjektiven Anforderungen abhängig und die objektive Zugangsbeschränkung fragt nach objektiven Anforderungen. Die Formel, die wir bei der Erforderlichkeit prüfen, ist, ob eine mildere, gleich effektive Maßnahme besteht. Und eine mildere Maßnahme ist im Fall der Drei-Stufen-Theorie, wenn statt einer objektiven, eine subjektive Zugangsbeschränkung bestünde, wenn statt einer subjektiven Zugangsbeschränkung eine Berufsausübungsregelung bestünde. Wir müssen also bei unseren Alternativen, die wir in der Klausur aufzeigen, nicht nur prüfen, ob diese gleich effektiv wären, sondern auch noch, ob diese eine niedrigere Stufe in der Drei-Stufen-Theorie einnehmen würden. Bei der Prüfung der Angemessenheit gibt uns unsere Drei-Stufen-Theorie ein unterschiedliches Prüfprogramm vor, je nachdem, welche Stufe vorliegt. Wir haben wieder die drei Stufen der Berufsausübungsregelung, der subjektiven Zugangsbeschränkung und der objektiven Zugangsbeschränkung. Die erste Stufe, die Berufsausübungsregelung, ist angemessen, wenn die Regelung nach vernünftigen Erwägungen des Allgemeinwohls zweckmäßig erscheint. Die subjektive Zugangsbeschränkung ist angemessen, wenn sie dem Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter dient. Und bei den Objektiven muss der Schutz überragend wichtiger Gemeinschaftsgüter gegen nachweisbare oder höchstwahrscheinlich schwere Gefahren geregelt sein. Das Prüfprogramm erhöht sich also und wird schwieriger zu erfüllen, je weiter unten wir auf diese Drei-Stufen-Theorie kommen. In der Klausur bedeutet das für uns, dass wir beim Eingriff eingestuft haben, was für eine Stufe hier vorliegt. Dann müssen wir in der Angemessenheit sagen, vorliegend haben wir eine subjektive Zugangsbeschränkung etwa. Und dann müssen wir den Standard nennen, es muss um den Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter gehen. Das ist unser Maßstab für die Abwägung. Jetzt zu den Klausurtipps. Wir fangen an mit dem Schutzbereich und hier nennen wir zuerst mal den persönlichen Schutzbereich. Artikel 12 ist ein deutsches Grundrecht. Bei deutschen Grundrechten darf das Zitat des Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz nicht fehlen. Dann im sachlichen Schutzbereich müssen wir sagen, dass es sich bei Artikel 12 entgegen des Wortlauts um ein einheitliches Grundrecht handelt. Dann definieren wir das Wort Beruf, nämlich wir brauchen die zwei Bestandteile, gewisse Dauer und Aufrechterhaltung oder Schaffung einer Lebensgrundlage. Dann nennen wir noch, dass es sich um eine zukunftsgerichtete Auslegung handelt und danach subsumieren wir den Sachverhalt. Hier noch den problematischen Fall, dass es sich um ein verbotenes Berufsfeld handelt. Dann nennen wir die beiden Punkte, dass das Grundgesetz sowohl eine objektive Wertordnung darstellt, aber auch Abwehrrechte gegen den Staat. Also, dass der Staat nicht einheitlich bestimmen darf, was grundrechtlich geschützt ist, aber das Grundgesetz auch nichts schützen darf, was schlechthin gemeinschaftsschädlich ist. Wir müssen also am Ende feststellen, ob die Tätigkeit schlechthin gemeinschaftsschädlich ist oder nicht. Dann beim Eingriff fangen wir wie immer mit dem klassischen Eingriffsbegriff an. Wenn der klassische Eingriffsbegriff erfüllt ist, dann haben wir den Eingriff hinter uns, aber dann würde ich noch einmal kurz ansprechen, dass wir auf die objektivberufsregelnde Tendenz nicht mehr eingehen müssen, einfach nur um den Begriff genannt zu haben und dem Korrektor zu zeigen, dass wir es kennen. Wenn der klassische Eingriffsbegriff nicht erfüllt ist, dann muss man mit der Prüfung der objektivberufsregelnde Tendenz weitermachen. Da die objektivberufsregelnde Tendenz auch eine Ausweitung des klassischen Eingriffsbegriffs ist, würde ich bei Artikel 12 erstmal auf die objektivberufsregelnde Tendenz eingehen, bevor ich auf den modernen Eingriffsbegriff eingehe. Da aber der moderne Eingriffsbegriff auch eine Einzelfallprüfung ist, kann man sagen, dass aufgrund der objektiven berufsregelnden Tendenz der moderne Eingriffsbegriff erfüllt ist. Dann sollte man schon auf Ebene des Eingriffs darauf eingehen, welche der drei Stufen hier mit der Maßnahme tatsächlich betroffen ist. Wenn man das auf dem Level des Eingriffs schon macht, dann hat man es sehr klar angesprochen. Dann muss man es bei der Verhältnismäßigkeit nur noch anwenden. Und hier die Abgrenzung zwischen der Berufsausübungsregelung, der subjektiven und der objektiven Zugangsbeschränkung. Zu guter Letzt noch ein Ergebnis, dass hier ein Eingriff vorliegt. Bei der Rechtfertigung gehen wir auf die Schranken ein. Wir stellen erstmal fest, um was für eine Schrankenregelung es sich handelt. Da sagen wir, es ist ein einfacher Gesetzesvorbehalt und zwar eine einheitliche Schrankenregelung trotz des restriktiven Wortlauts. Dann überprüfen wir die Verfassungsmäßigkeit des Schrankengesetzes. Wir erinnern uns, dass hier die Prüfung des Artikel 3 Grundgesetzes zum Beispiel als verschachtelte Prüfung reinkommen kann. Und ein Ergebnis, dass eine taugelige Schrankenregelung vorliegt. Dann kommen wir zum zweiten Punkt der Rechtfertigung, nämlich den Schranken-Schranken. Hier entscheiden wir uns dafür, ob wir eine Auslegung oder eine Anwendung des Gesetzes im Einzelfall prüfen und dann prüfen wir die formellen Schranken-Schranken, die meistens nicht problematisch sind und den materiellen Schranken-Schranken. Da kommen wir zur Verhältnismäßigkeit und in der Verhältnismäßigkeit kommen wir zu den zwei größten Punkten am Ende, nämlich der Erforderlichkeit und der Angemessenheit. Die Erforderlichkeit, hier müssen wir die Formel prüfen, ob ein gleich effektives, weniger einschneidendes Mittel in Frage kommt. Ein weniger einschneidendes Mittel ist im Rahmen der Drei-Stufen-Theorie, wenn eine weniger einschneidende Stufe erfüllt ist. Das heißt, hier müssen wir unsere Alternativen, die wir aufzeigen, dahin überprüfen. Bei der Angemessenheit prüfen wir dann wieder die Drei-Stufen-Theorie. Da haben wir unsere drei verschiedenen Prüfprogramme für die Abwägung, je nachdem, welche Stufe hier betroffen ist. Am Ende das Ergebnis nicht vergessen. Zum Schluss noch die kurze Fallauswahl. Das Apothekenurteil und die Berufsentscheidung sind beide sehr grundlegende Urteile zur Berufsfreiheit, wie man auch an den frühen Entscheidungsbänden sieht. Gerichtliche Prüfungskontrolle und Multiple-Choice-Verfahren sind beide Urteile zur Prüfungsüberprüfung. Bei Glykol ging es um die Einschränkungen des Schutzbereichs bezüglich Wettbewerb und Selbstdarstellung. In Notarkassen, da geht es um die objektive Berufsregel und Tendenz als Ausweichung des klassischen Eingriffsbegriffs. Das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt es an eure Freunde weiter oder lasst mir vielleicht was für einen Kaffee da. Habt noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Lernen.